Musik Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Wir beginnen für die Soldaten. Die Soldaten auf dem Bunker Schmucki. Eine Flugabwehrgruppe um Berlin für ihren Kommandeur. Das Waffenpersonal des ersten Zuges einer Jagdstaffel im Bunker zum schreibbaren Kugel. Wir beginnen für die Soldaten. Wir grüßen euch und wir erfüllen euren Wund. Die Soldaten auf dem Bunker schrieb. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.